Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Kingdom Hearts Tagebuchs. Wir haben das Schlüsselloch in Atlantica verschlossen und wir alle wissen was das heißt. Wir lesen mal wieder nach, was Jiminy denn so alles über unsere Reise notiert hat. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch einen neuen Teil in Poohs Buch abgeschlossen, der hier natürlich jetzt einfach mit einfließt, damit wir hier schön den flüssigen Übergang haben. So, und es gibt Neuigkeiten in der Handlung, mit der wir jetzt auch einfach mal anfangen. Ariels sehnlichster Wunsch ist es, andere Welten kennenzulernen. Doch Triton ist davon nicht begeistert und verbietet ihr aus Sorge den Palast zu verlassen. Auch auf Sora ist er nicht gut zu sprechen. Die heuchlerische Ursula macht sich Ariels Trauer zunutze und reißt den Dreizack Tritons an sich. Mit Soras Hilfe versucht Ariels den Dreizack ihres Vaters zurückzuholen und wagt sich in die Höhle des Löwen. Oder des Kraken vielmehr. Auch mit Hilfe von Meerschaum und Abschaum hatte Ursula gegen Sora und seine Freunde keine Chance. Mit dem zurückeroberten Dreizack machen sie das Schlüsseloch ausfindig und verlassen Atlantica, nachdem sie es versiegelten. Ja, wieder mal alles sehr eng zusammengefasst, aber wir haben es ja eh erlebt. Also was will man schon großartig? Zu viel der Worte verlieren. So, und wir haben natürlich auch eine neue Beschwörung gekriegt. Na, seht ihr mal. Hatte ich schon wieder ganz übersehen. Wir haben natürlich auch Dumbo. Und Dumbo, wer hätte es gedacht, stammt aus dem Film Dumbo. So, und da haben wir ihn auch schon. Den kleinen Elefant mit den sehr großen Ohren. Den wir hier und da noch sehr gut im Spiel gebrauchen können werden. Und hier haben wir natürlich noch unsere Atlantica-Charaktere. Allen voran Ariel. Tritons jüngste Tochter, die von Ursula dazu benutzt wurde, seinen Dreizack zu stehlen. Dank Sora und seinen Freunden kam alles wieder in Ordnung. Ariel träumt aber weiter davon, die Welt außerhalb des Meeres zu erkunden. Und sie stammt natürlich aus Ariel, die Meerjungfrau. Wollen wir sie doch auch einmal drehen, wie sie hier in der Luft schwimmt. Und gehen weiter zu König Triton. Seine Herrschaft beruht auf der Macht seines Dreizacks. Aus Liebe zu seinen Töchtern ist er überfürsorglich. Das reizt Ariel noch mehr, die Welt außerhalb des Meeres erkunden zu wollen. Und da haben wir auch ihn mit seiner großen Gabel, die er dank uns endlich wieder zurück hat. Einmal gedreht und wir gucken uns Ursula an. Sie hat Ariel getäuscht und den Dreizack gestohlen. Streng genommen hat Ariel den Dreizack gestohlen und ihr gegeben. Aber gut, wir wollen nicht so genau sein. Äh, um über Atlantika zu herrschen. Mit Hilfe seiner Macht konnte sie sich in ein riesiges Monster verwandeln, das Sora, Donald und Goofy angriff. Und da haben wir sie. Die Ursula. Ich glaube, die gibt's aber, genau, nur als normale Ursula, nicht als Riesen-Ursula. Steht ja im Endeffekt bei der Ursula schon alles mit dabei, was man wissen muss. Sebastian, der Konzertmeister Tritons, ein musikalisches Genie. Die kleine Krabbe muss auch auf Ariel aufpassen, damit er nichts zustößt. Immer wenn sie den Palast verlässt, hat er keine ruhige Minute mehr. Und auch nicht wirklich eine Möglichkeit, sie an irgendwas zu hindern. Nichtsdestotrotz wollen wir ihn einfach mal einmal drehen. Und ich muss übrigens mal sagen, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde, dass der Panzer von, äh, Sebastian irgendwie so eine Herzform hat. Auch da oben mit diesem Einknick eben, dadurch, dass das nicht ganz rund ist. Was bei Kingdom Hearts, wo Herzsymbole ja eine große Rolle spielen, fast schon wieder andeutungsmäßig wirken würde. Was aber tatsächlich ja einfach auf Sebastians Original-Design zurückgeht. Und dann haben wir noch Fabius. Ariels treuer Freund, der alles für sie tun würde. Er ist klein und ziemlich frech, aber er würde Ariel nie im Stich lassen. Auch wenn das Gefahr bedeutet. Treuer, kleiner, gelb-blauer Fisch. Mit dem wir ja leider in dieser Welt nicht sonderlich viel zu tun hatten. Außer halt am Anfang das Schwimmtutorial. Aber, was soll es? Er gehört auf jeden Fall sehr mit dazu. Meerschaum. Neben Abschaum Ursulas Lakaie. Eine fiese Moräne. Wickel seine Opfer gern auf aalglatte Weise ein. Badum tsch. Seine Spezialität ist es, ahnungslose Meerjungfrauen und Meerjünglinge in Ursulas Klauen zu locken. Und da haben wir ihn und wollen ihn einmal drehen. Meine Herren, der ist länger als ich gedacht habe. Und natürlich besonderes Augenmerk darauf, dass Meerschaum ein gelbes Auge aus unserer Sicht jetzt linken Seite hat. Und dann haben wir hier noch Abschaum. Neben Meerschaum Ursulas Lakaie. Eine fiese Moräne wickelt seine Opfer gern auf aalglatte Weise ein. Badum tsch. Again. Seine Spezialität ist es, ahnungslose Meerjungfrauen und Meerjunglinge in Ursulas Klauen zu locken. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Natürlich hier jetzt der besondere Fokus darauf, dass Abschaum das gelbe Auge auf der rechten Seite hat. So. Auch hier eine Drehung. Bevor wir dann zu den neuen Puh-Charakteren wechseln. Da haben wir zum einen nämlich den Tigger. Tiggers Steckenpferd ist das Springen. Doch auch wenn er es manchmal zu bunt treibt, muss man keine Angst haben. Denn in diesem verspielten Kinskopf schlägt ein erstaunlich empfindsames und sanftmütiges Herz. An seinen ersten Auftritt hatte er in Winnie-Poo und das Hundewetter. Und da haben wir ihn auch schon. Ausnahmsweise mal nicht am Springen. Wird er hier einmal von uns gedreht. Und wir gucken uns zu guter Letzt noch Rabbit an. Rabbit ist ein strenger, fleißiger Bewohner des Hundertmorgenwaldes. Er ist gerne für sich, aber sofort da, wenn man ihn braucht. In der Nähe des ausgelassenen Tiggers ist ihm nicht immer wohl. Und er hat seinen ersten Auftritt in Winnie-Poo und der Honigbaum. Und wir wollen natürlich auch diesen sehr besorgt guckenden Hasen einmal drehen. Macht sehr guten, äh, schlank-mach-Carrot-Saft, habe ich mir sagen lassen. So, und wir haben natürlich auch noch das ein oder andere an neuen Herzlosen, die wir kennengelernt haben. Da haben wir zuallererst die Haubenqualle. Ein quallenähnlicher Herzloser. Bewegt sich gekonnt im Wasser, ist einzeln aber eher harmlos. In Gruppen umzingelt er sein Ziel und kann zu einer Plage werden. Wir haben immerhin stolze 85 davon hier in Atlantica jetzt schon erledigt. So, und dann haben wir auch noch die Cosmo-Qualle. Ein quallenähnlicher Herzloser. Die bloße Berührung kann zu Schaden führen. Langsam in seiner Bewegung teilt er sich in mehrere Haubenquallen und kann lästig werden. Versucht sein Ziel mit seinen Tentakeln aus der Ferne zu attackieren. Und von denen haben wir immerhin fünf besiegt. Gott, dieses wahnsinnige Grinsen. Es sagt, er guckt einen an und es wird sagen, ich will dein Freund sein. Spiel mit mir. Lass uns Spaß haben. Und dann haben wir noch Hapuron. Meist zusammen mit Elektrofugo anzutreffen. Oft sehr angriffslustig, manchmal aber auch sehr ängstlich. Die Elektroblitze des Elektrofugos scheinen ihn anzusporen. Und wir haben 28 davon besiegt. Wollen wir natürlich auch einmal drehen. Das ist ein wahnsinnig langer Kopf. Und dann haben wir auch schon den eben schon erwähnten Elektrofugo. Ein Fischähnlicher Herzloser, der im Wasser zu Hause ist. An seinem großen Körper schwimmen meist mehrere Hapurons mit, die sich dann auf ihre Gegner stürzen. Von denen haben wir immerhin schon drei erledigt. So, großer böser Anglerfisch. Mir fällt gerade auf bei Ariel, der Hai hat gar keinen Tagebucheintrag. Das wundert mich tatsächlich gerade so ein bisschen. Ist ja irgendwie eigentlich doch auch ein Charakter. Der ja auch gerade im Film durchaus auch seine Rolle spielt, sag ich mal. Und dann haben wir noch den glücklicherweise angetroffenen Pinkfungi. Ein kolossaler Herzloser, herbeigerufen von euphorischen Pufungi. Von Natur aus ein Tänzer kann er nicht aufhören, wenn er einmal angefangen hat. Wir haben einen davon eliminiert. Leider keine sonderlich gute Belohnung bekommen, weil wir einfach auch die Moves dafür noch nicht haben. Und wir können ihm hier mit seinem Herzhütchen so ein bisschen beim Tanzen zugucken. So, und das war es derweil auch schon mal mit den Herzlosen. Können wir kurz gucken. Haben wir... Äh... Gibt es überhaupt Dalmatiner in Atlantica? Eigentlich wäre es ja ziemlich merkwürdig, wenn es ein Atlantica-Dalmatiner-Truhen oder Muscheln ja viel mehr gäbe, weil... Ja, es ist halt eine Unterwasserwelt. Gibt also tatsächlich keine Dalmatiner, umso besser. Wir könnten aber, fällt mir gerade auf, nochmal kurz in Traverse vorbeigucken und schauen, ob wir schon wieder eine Belohnung für die Dalmatiner bekommen. Gucken wir uns nach eben die Rekorde an. Wir haben ja den Tigger-Block geschafft. Mit 130 Punkten. Und Triotechs, ja. Sind wir eigentlich schon auf einem ziemlich guten Weg, würde ich sagen. Was mich sehr erfreut, tatsächlich. Gut. Dann würde ich sagen... Ach, wisst ihr was? Wir beenden das wieder schön, wie sich das gehört im Tagebuch. So. Dann hoffe ich natürlich, dieser Tagebuch-Part hat euch gefallen und ihr seid dann das nächste Mal beim Tagebuch, beim Let's Play. ganz, wie ihr das möchtet, wieder mit dabei. Und ich sag für heute, Tschüssikowski, euer Pagu.